Ab ans Wasser! Ich bin Puck, die Stubenfliege! Ist das jetzt auch so wie eine Fliege? Ja, natürlich! Das ist ja ekelhaft, Alter! So Leute, endlich wieder ans Wasser, endlich wieder angeln und endlich wieder auf Mehrforelle! Genau! Schonzeit ist vorbei, Wetter ist ... Es regnet! Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Richtig! Du warst schon die Tage öfter auf MEFO, ich hatte einfach keine Zeit. Ich hab gefangen! Er hat gefangen, ja. Aber auch erst beim letzten Mal, ne? Beim dritten Versuch. Das dritte Mal los in dieser Saison und dann zwei Stück, nichts weltbewegendes. Erste der Saison sind sowieso zurück, hab ich überhaupt keine Schmerzen mit gehabt, die beiden Fische auch wieder zurückzusetzen, weil die einfach zu klein waren. Jetzt kann die Große kommen. Was wir zum Angeln verwenden, das werden wir, denke ich mal, am Strand dann kurz zeigen. Ja. Ich werde mit Blech angeln. Du, denke ich auch. Alles. Alles Blech, Plastik. Ja. Fliegen gute macht heute keinen Sinn. Nein! Regen drückt mir die Fliege permanent aufs Wasser. Nein, Quatsch, aber nee. Und außerdem muss ich noch üben. Also von daher ... Ähm, genau. Der Rest erklärt sich am Wasser. Wir wollen jetzt auch keine Zeit verlieren. Wir werden uns jetzt antrecken in unsere sexy Radhosen. Wir hoffen einfach das Beste. Richtig, richtig. Nur ein Köder am Wasser kann fangen. Und dann würde ich auch sagen, let's go fishing! So, wir sind endlich da. Es ist äh, wellig, aber es ist noch völlig okay. Wir sind gut geschützt, es regnet zwar noch, aber hey, ist egal. Es ist nicht kalt, es ist eigentlich wirklich in Ordnung, weil es wellenbedingt natürlich etwas lauter jetzt. Deshalb müssen wir auch etwas lauter sprechen. Hallo! Ist das Pfefferminztee? Nein! Ah! Ah! Ich dachte, wie aus alten Schulzeiten. Nein! Das ist indischer Tee. Achso! Ah! Einen schönen heißen Krok pfeift er sich hier rein. Weißt? So, das ist heute meine Kiste hier. Ich weiß, ist nicht viel drin, aber ... Einen habe ich schon dran. Einen habe ich schon dran. Also den Savage Gear. Dann haben wir hier noch einen Balzer. Der ist auch schon in Benutzung gewesen. Schöner, schlanke, Heerforellen und Hornfischköder. Genau. Und noch einen Spökelt habe ich auch noch bei. Das war's. Wenn ich dann was anderes brauche, ist Falco ja auch noch da. Ich gebe dir nicht ein Stück von mir ab. Ich habe eine leichte Kiste. Hier habe ich jetzt Köder drinne bis maximal 20 Gramm. Die werde ich mal als erstes einsetzen. Spökelt, Zika, Thor, irgendwas Altes von Paladin. Aus längst vergangenen Zeiten. Wir kennen es von ihm. Wir kennen es von ihm. Und dann habe ich halt noch mal eine Kiste für die schwere Route. Alles ein bisschen schwerer bis knapp 30 Gramm. Ich habe noch nicht so viel Tackle dafür. Aber es wird sich auch noch ansammeln. Definitiv. Ihr habt ja schon im vorherigen Video erfahren, dass ich mir jetzt extra eine Mefo-Combo zusammengestellt habe. Und die können wir jetzt gleich mal präsentieren. Beziehungsweise wird Falco dazu mal was sagen. Auch da steht es jedem frei, das zu wählen, was er für richtig hält. Wir zeigen hier nur unser gewähltes Tackle. Man verwendet hier eine 3 Meter 4 lange Route mit 12 bis 40 Gramm. Eine 4.000er Rollengröße, damit das Ganze vernünftig ausgewogen ist und er auch noch ein bisschen weiter wirft. Genau. Das ist jetzt eine Abo quasi. Genau. Also wie gesagt nicht das teuerste Modell, aber salzwasser geeignet. Ganz wichtig. Richtig. Genau. Mit Edelstahl-Kugellager. Kurbeknauf ist Geschmackssache. Ja, ich finde ihn gut. Ich bin alt und brauche was zum Anfassen. Was haben wir für eine Schnur drauf? Eine weiße? Eine weiße. Nein, in dem Fall ist es jetzt eine 13er mit 8 Kilo. Die Power Pro, ne? Genau. Reicht vollkommen aus. Für dicke Fische fängt er eh nicht. Und wenn, dafür hat er eine Bremse vorne. So und dann ganz einfach ungefähr 80. Ja gut, ich habe jetzt immer noch ein bisschen mehr. Zentimeter Fluocarbon. Maximal ein Meter langes Fluocarbonvorfach. Vorgeknotet, genau. Das reicht. Und die Carabinerbögel. Ja. Eine ganz einfache Geschichte. Falko natürlich wieder ein bisschen übertreiben. Das ist die leichte, ne? Das ist die leichte, genau. 274, 10 bis 30 Gramm. Für solche Tage wie heute. Weil es ein bisschen ruhiger ist. Um einfach Spaß zu haben auf jeden Fall. Ansonsten, wenn die Fische sehr sehr weit draußen stehen. Achso, da nochmal eine 3000er Rolle drauf. Das passt zur guten Länge dann. Ja genau, richtig. Obwohl auch eine 4000er geklappt hätte. Aber es ist halt die leichte Combo. Leichtere Köder. Dann kann auch eine kleinere Rolle ran zum Beispiel. Und falls die Fische sehr weit draußen stehen. Oder ich schwere angeln muss aufgrund von Strömungen, Windverhältnissen. Das ist deine Schwere? Das ist die Schwere. Ja. Drei Meter Länge. 14 bis 40 Gramm. Also ähnlich meiner. Genau. Ähnlich deiner. Hier, ich habe eine 5000er Rolle drauf. Hier brauche ich ein bisschen mehr Gewicht, damit das Ganze vernünftig ausgewogen ist. Und ich nicht irgendwie nach einem halben Angeltag mich auf die Steine setze und so. Ich will nicht mehr. Was ist nochmal wichtig bei einer Mefo Angel? Ich glaube das hatten wir beim letzten Video auch erklärt. Die weichere Spitze. Vollparabolische Aktion. A lädt sie sich vernünftig mit den unterschiedlichen Gewichten auf. Und B fängt sie natürlich die Kopfstöße, Fluchten der Forellen einfach besser ab. Und sie schlitzen nicht so schnell aus. Polbrille. Natürlich schön verregnet. Muss ich erstmal trocken wischen irgendwie. Muss auch sehen, wie das auf der GoPro jetzt alles so zu sehen ist. Weil ich sehe hier nur noch Tropfen. Naja, aber die Linse ist fast frei. Dann kommt ihr jetzt gleich wieder an den Busen. Busseller. Das Make-up muss ich hier noch auftragen. Genau. Es kann sein, dass der Wind, der jetzt noch hinter uns ist quasi, dass der nachher von der Seite rein drückt. Wenn es zu krass wird, dann wechseln wir den Spot. Mein Rucksack bleibt so einigermaßen trocken. Das ist ja ganz gut geschützt, bevor meine Papiere aufweichen. Das Schlimmste war Real Talk. Meine Tochter. Muss ich kurz erzählen. Heute Morgen alles noch duster. Ich mache mich komplett fertig. Sie steht auf, setzt sich hin in ihre Kuscheldecke, spielt ein bisschen am Handy rum. Guckt so raus. Guckt mich an. Und feiert mich aus. Ganz wie der Papa. So, ab geht's ins Wasser. Der Fischotter. Ja. Der Mond ist schön fest. Und das Wasser ist nicht kalt. Der ist flach genug. Der ist schön flach und groß. Stellt sie hier drauf. Dann komm sie hier hin. Wo ich stehe. Aber der geht so flach rein. Und jetzt schließt sie raus. Und steh mal davor, dass du im Zweifelsfalle einen Schritt nach hinten machen kannst, wenn eine Welle kommt. So rutschst du ab und fällst in den schlimmsten Falle hin. Da hat er wieder eine Muschel gefangen. Immerhin Lebewesen. Petri. So, wir bewegen uns weiter. Immer auf der Sandbank entlang. Das ist so krass laut hier. Und ja, es regnet immer noch. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass die Kameralinse jetzt natürlich nass ist. Ich hoffe, man kann dennoch irgendwie alles ganz gut erkennen. Ja, ja. Der Regen soll nachher gegen 12 auch hören. Mal gucken. Und wieder gehst du da vorne dann auf den Stein. Stehst du nämlich genau vor dem Hüft? Geht dann links und rechts. Ist dann frei. Also es gibt wie eine Pfeilspitze auf die Zugfahrt. Was wäre die Möglichkeit? Wir stehen vorne. Da könnten sogar zu zweit draufstehen. Das war schon ein guter Tipp mit dem. Ich habe nämlich einen Ausfallschritt nach hinten gemacht. Weil eine Welle mich nach hinten gedrückt hat. Dann denke ich, oh wäre da jetzt nichts gewesen, wäre ich drin gewesen. Weil das ist mir auch schon passiert. Die eine große Welle, die da kam, die hat mich auf den Stein nach hinten geschoben. Die ging mir bis hier. Bis zum Bauch. Auf einmal schiebt die mich nach hinten. Oh, ich habe schon gesehen, dass die kommen. Dass die ein bisschen größer ist. Aber naja. Das ist dann halt so. Ach, ein Spöket? Spöket. 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 Von letztem Mal. Achso. Ich habe ja noch den großen. Ich glaube, ich muss nicht auf den 16 Gramm her wechseln. Wenn du ihn hast, ja. Ja. Oh nein. Wieso? Was soll das sein? Folie. Folie? Ja, Plastik. Ja. Wieder zum Thema Müll. Ja. Irgendwas schwimmt da hinten. Ja, da sind die Robben. Tatsächlich. Könnt ihr das sehen? Da. Da. Drei. Scheiße. Die sind erst nach rechts weg. Das war ein gutes Zeichen. Jetzt kommen sie nach links. Jetzt folgen sie. Ja. Die Pfosten wissen das, dass sie gefressen werden. Scheiße. Und wir hoffen, dass sie weiter nach links ziehen. Und ein bisschen größer machen. Oh. Alter. Nicht hinterm Stein. Von hier musst du rangehen. Weil hinterm Stein ist es tiefer hier. Du bist genau von der Seite. Oh, Dicke. Das ist ein Stück nach vorne. Warte, du musst mal ein Stück nach vorne. Das ist ja bescheuert, oder? Sag mal nicht, dass... Oh Gott. Scheiße. Er hängt ja. Er hängt ja. Toll. Mein Kescher ist gerade abgeflogen. Sag mal einer, dass Angeln kein Extremsport ist. Ja. Meine Fresse. Falko hat eben gerade einen Anfasser gehabt. Ach ja. Siehst du? Es hört auf zu regnen fast. Ja, mega geil. Wären wir nicht mehr von oben nass. Ja. Und die Hälfte von euch. sitzt jetzt schön bei einem warmen Kaffee vor dem PC oder vor dem Handy, oder? Trotzdem einfach geile Aufnahmen. Macht mega Spaß gerade. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah. Kalt. Oh nein. Ich weiß, das sieht immer so lächerlich aus, wenn Wellen kommen, aber es ist tatsächlich Kraft. Die haben richtig Kraft. Ihr merkt schon, der Wind drückt jetzt richtig rum. Wir haben jetzt den Wind bereits aufs West. Aufs West. Und dann beißt der Fisch am West. Ja, ja. Ja, Welle bringt Forelle, so heißt es immer. Ich bin mal gespannt, ob Welle wirklich Forelle bringt, weil Wellen haben wir mehr als genug, glaube ich. Naja, zumindest hat es aufgehört zu regnen. Ah. Das ist ja auch mal warm. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum letzten Spot. Halt, der hat so schreckt. Oh ja, die hat richtig Buckel gemacht. Halt, jetzt soll ich die Hose nass machen. Ich will hier nicht mehr durchlaufen. Hast die ausgestorben? Ich meine, das ist das creepy. Also ihr seht schon, die Sonne geht langsam unter. Wir werden jetzt nochmal effektiv versuchen, eine Stunde zu angeln. Und wenn nichts geht, dann haben wir wirklich alles versucht. Wir haben wirklich alles versucht. Wo er mich hier heute hinfühlt. Dein Fisch. Fisch der 10 Milliarden Würfe. Oh, ich merke da wie Altbäde. Mist, was ich mir die Knochen breche. Ich sag gar nicht. Ganz heimlich will er mich umbringen. Soll ich dir helfen? Oh, warte, warte, warte. Der hängt richtig fest. Warte, lass los. Danke. Oh Mann. Vorsicht, lass es klappen. Ja, kannst du mir mal meine Route abnehmen? Weil ich habe gar kein Profil. Oh, Vorsicht, Dicke. Was ist das denn? Wie sind wir euch zusammengesteckt? Soll ich denn da ankommen? Wie der heiße Draht, Alter. Hier wüssten du hier runtergekommen? Machen weit nicht. Wollte ich sagen, machen weit nicht. Boah. Das ist jetzt mal ein scheiß Abendfeuer Urlaub hier dran. Ich weiß gar nicht, warum meine Hände das letzte Mal trocken waren. Das ist egal, ey. Das ist angeln. Das muss ich jetzt mal irgendwie von diesen Steinen wieder runterkommen. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie glatt der Scheiß hier ist. Ja, wir geben wirklich unser Bestes jetzt. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Die letzten Minuten gehen ins Land. Und, naja. Und ist Wasser. So, wir machen jetzt hier die letzten Würfe. Und dann ist hier Schicht. Weiß jetzt. Oh, wir haben zumindest einen Meerforellen-Tiger gefunden. Aber die war gleich. Die hatte ich nicht mal in Maß. Immerhin. Ja. Sehr schön. Oha. 35% nur noch. Oha. Das ist doch gut. Das reicht doch. Sollen wir nicht hier wieder 10 Minuten Abmoderation machen? Nein. Will ich jetzt. Du kannst ruhig noch ein Stück dichter kommen. So, bevor ihr jetzt gleich abschaltet, haben wir uns entschlossen mit diesem Video hier quasi eine neue Videoreihe zu starten. Und zwar mein Mifu-Tagebuch. Oder unser Mifu-Tagebuch. Keine Ahnung. Weil wir definitiv öfter noch gehen werden. Ja, es sind noch ein paar Monate Zeit auf jeden Fall. Und die Trutten sind gallig. Richtig. Hoffen wir. Also wir haben heute wirklich, also ihr könnt nicht sagen, wir haben alles versucht. Also du hast auch sämtliche Köder probiert. Ihr habt gesehen, das Wetter war eigentlich recht gut für Mifu. Aber der Fisch der 1000 Würfel, wir kennen das Spektakel ja. Im Dezember denke ich mal, werden wir auch nochmal zusammen kommen. Und dann im Januar, Februar. Februar, März. Februar vielleicht sogar Schmidt Ballyboat. Ja, auf jeden Fall. Da werden sich ein paar Videos zusammensammeln. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Es war wirklich für mich anstrengend. Mega anstrengend. Am Ende der Saison ist er fit. Ja, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Abenteuer. Auf zum nächsten Tag. Bleibt auf jeden Fall dran. Es kommen noch mehr Mifu-Videos. Und dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Feiko. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020